Nächster Punkt, ich möchte gerne einen Verkaufsauftrag anlegen, denn in diesem Verkaufsauftrag selbst hat sich auch schon das eine oder andere getan. Mein Multitasking wird immer schlechter. Meine Verkaufsaufträge habe ich soweit gefunden und hier gehe ich nun her und lege einen neuen Verkaufsauftrag an. Wenn ich in meinem Verkaufsauftrag drinnen bin, dann kann ich hier einen Debitur eingeben und hier gibt es jetzt keine Debiturnummer oder keinen Namen mehr, sondern ich kann entweder die Nummer eingeben oder den Namen, zum Beispiel den Herrn oder Frau Fuchshuber. Und jetzt könnte es durchaus sein, wenn ich die Enter-Taste drücke, dass es diesen Kunden Fuchshuber nicht gibt, ich erhalte die Meldung, der Debitur ist nicht registriert. Und jetzt könnte ich mir einen neuen Debitur anlegen lassen oder ich kann einen verhandenen auswählen. Das heißt, hier auch eine sehr interessante neue Funktionalität, die es mir ganz schnell ermöglicht, direkt im Auftrag einen noch nicht bestehenden Debitur anzulegen. Ich klicke also hier auf OK und muss mir jetzt nicht überlegen, was braucht er für Geschäftsbuchungsgruppe und für eine Mehrwertsteuerbuchungsgruppe, sondern ich wähle einfach eine Vorlage aus und damit die Sache erledigt. Also ich denke, von der Bedienung her wird es sehr, sehr einfach geworden, dass ich hier einen neuen Debitur im Zuge eines Verkaufsauftrages anlege. Gleiches würde auch funktionieren, das ist jetzt der Debitur, der passt soweit auf eine Adresse und weiteres verzichte ich hier. Gleiches würde auch bei den Artikeln funktionieren. Sprich also, wenn ich hier einen neuen Artikel habe und ich möchte nun einen Tesla mal verkaufen und den habe ich noch nicht als Artikel angelegt, dann geht das genauso hier, dass mir hier die Frage erscheint, den Artikel, den gibt es noch nicht. Möchte ich jetzt eine neue Artikelkarte erstellen? Ja, natürlich. Und dann suche ich mir hier wieder meine Vorlage aus und durch Auswählen der Vorlage habe ich auch hier wieder gleich den neuen Artikel im Verkaufsauftrag angelegt. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Standardmenge zu definieren. ...einige Zeit damit beschäftigt hast, aber kannst du mal eine neue Zeile erfassen und in die Beschreibung Seitenwand eingeben, also nicht in die Nummer, sondern in die Beschreibung. Für den Tesla eine Seitenwand. Ja, genau, für den Tesla eine Seitenwand. Okay. Ja, also das glaube ich auch nicht uninteressant. Gab es vielleicht an der einen oder anderen Stelle selbst ausprogrammiert, dass ich Artikel jetzt eben anhand ihrer Beschreibung einfügen kann und nicht unbedingt anhand der Nummer einfügen muss. Das hat man zwar ähnlich jetzt oben schon im Gebitanfeld gesehen, da ging es aber ein bisschen unter, aber unten sieht man es fast noch ein bisschen besser, wenn man eben nur die Beschreibung eingibt, dass hier auch der Artikel, wenn er gefunden wird, auch übernommen wird, ohne dass die Nummer hier eingegeben werden kann. Und wenn er nicht gefunden wird, super Komfortfunktion, kann ich ihn auch gleich dementsprechend anlegen lassen. Also der Komfort steht da, glaube ich, ganz an erster Stelle. Das ist eine sehr nette Funktion, ja. Was vielleicht auch jetzt ein bisschen untergegangen ist, ist die Menge. Menge, ich habe noch keine Menge eingegeben, aber das System schlägt mir schon automatisch eine Menge 1 vor und das ist eine Einrichtung, die man in der Debitan- und Verkaufseinrichtung vornehmen kann. Ich klicke hier unten einmal auf OK und was auch neu ist, ist jetzt eine Meldung, ob ich den Assistenten hier wirklich beenden möchte. Bei Leges und nicht gebucht, ja, ich möchte ihn beenden und möchte in die Debitan- und Verkaufseinrichtung einen Blick werfen und hier gibt es nun zwei neue spannende Felder. Erstens einmal die Standardartikelmenge, sprich also, sobald ich den Artikel eingetragen habe, wird als Menge automatisch 1 vorgeschlagen und die Option Artikel aus Beschreibung erstellen. Das heißt also, wenn ich nicht möchte, dass mir jemand jetzt zum Beispiel Tesla eingibt im Verkaufsauftrag und es soll kein neuer Artikel angelegt werden, dann nehme ich hier einfach dieses Häkchen hier raus und damit ist diese Funktion auch deaktiviert, dass beim Eingabe eines Textes ein neuer Artikel angelegt werden kann.